Walt Disney Pictures präsentiert das genialste Schlittenhund-Team der Welt. Diesel, Stupa, Yodel, Sniff, Nana und Damon. Auf sie wartet ein neuer Besitzer. Einzahmacht auf Miami? Oh oh! Pack deinen fetten Hintern zusammen und hau wieder ab! Und sie zeigen ihm? Füße auf die Kufen stellen, gewichtgleichmäßig verlagern, bla bla bla. Was man als Rudelführer drauf haben muss. Okay, auf die Plätze! Fertig! Selbst wenn es ihr umdreht. Ich lebe noch! Ich lebe noch! Letztens mal bist du wirklich in einem großen Haufen getreten. Walt Disney Pictures präsentiert Snow Dogs. Acht Helden auf vier Quoten.